Moin Leute, in diesem Video stelle ich euch die auf Dinecraft am meisten gestellten Fragen vor, um einfache Fragen direkt hier zu beantworten. Erste Frage, wie verdiene ich Geld? Geld kannst du auf verschiedene Arten verdienen, jedoch geht man als Anfänger üblicherweise vom Spawn Richtung Portalhaus, betritt dort eines der Farmweltportale und farmt einige Ressourcen. Daraufhin gehst du mit Slash Spawn wieder in die City Build, machst nochmal Slash Spawn und gehst dann unter das Rathaus zu den Händlern. Dort kannst du verschiedenste Items verkaufen und erhältst dadurch Geld. Zweite Frage, wie komme ich in die Farmwelt? Wenn du dich am Spawn der City Build befindest, musst du lediglich geradeaus in das Portalhaus laufen und läufst darin in eines der links positionierten Portale, das Farmwelt heißt. Dritte Frage, wie und wo bekomme ich ein Hotelzimmer? Du kannst dir ein Hotelzimmer in den Gebäuden direkt um den Spawn durch klicken auf Entschild mieten und kannst darin dann sogar selbst bauen. Jedoch empfehle ich dir, andere Spieler zu fragen, wer ein Hotel mit Lizenz hat, da dessen Zimmer meist billiger sind und teilweise sogar Konditionen, wie zum Beispiel alle zwei Tage ein Stack Ofenkartoffeln inklusive sind. In diesen Zimmern kannst du nichts bauen, bekommst aber auf Kisten, Öfen, Türen und manchmal sogar auf Ambosser Zugriff. Vierte Frage, wie überweise ich Geld an einen anderen Spieler? Du kannst Geld einem anderen Spieler überweisen, indem du den Befehl, slash money, pay, Spielername, Betrag, in den Chat eingibst. Spielername musst du durch den Namen ersetzen, der das Geld erhalten soll und Betrag ersetzt du durch eine Zahl, wie viel Geld du dem Spieler überweisen willst. Fünfte Frage, wie kann ich mit anderen Spielern kommunizieren? Natürlich kannst du mit Spielern normal im Chat schreiben, da auf dein Craft der Chatradius aber begrenzt ist, können nicht alle Spieler auf der City Build deine Nachricht empfangen. Hierzu gibt es das SMS Plugin, wobei du mit dem Befehl, slash SMS, Empfänger, Text, einem Spieler eine SMS für einen DM schicken kannst. Du kannst deine SMS einsehen, indem du slash SMS eintippst, durch slash SMS 2, slash SMS 3 und so weiter kannst du ältere SMS einsehen. Sechste Frage, wie kann ich sicher mit anderen Spielern handeln? Hierzu habe ich schon einmal ein ausführliches Tutorial gemacht. Das Tutorial findest du hier oder unten in der Beschreibung. Siebte Frage, beziehungsweise Erklärung, Portalhaus und Gebiete. Das Portalhaus befindet sich geradeaus am Spawn. Durch das Portalhaus kannst du in die verschiedenen Farmwelten, in die Web Islands, zu Events und zu den einzelnen Gebieten der City Build gelangen. Die Gebietsportale befinden sich im Portalhaus rechts. Durch diese Portale wirst du zu verschiedenen Bereichen der City Build teleportiert. Eine Übersichtskarte findest du auch hier. Achte Frage, wie kann ich ein Grundstück kaufen? Es gibt verschiedenste Gebiete auf der ganzen City Build. Je nach Gebiet haben die Grundstücke einen höheren oder einen niedrigeren Preis. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um ein Grundstück zu finden. Du läufst in der City Build umher und suchst ein freies Grundstück. Du nutzt den Befehl slash as find buy und den Maximalpreis. Für Maximalpreis setzt du die Geldsumme ein, die du maximal für das Grundstück bezahlen willst. Anschließend wirst du, falls möglich, zu einem passenden Grundstück teleportiert. Du durchsuchst im Forum das Unterforum Handeln mit Grundstücken und handelst dort mit Grundstücken. Neunte Frage, wie kann ich einen Shop eröffnen? Bevor du einen Shop eröffnen kannst, musst du eine Shop-Lizenz besitzen. Die Shop-Lizenzen findest du im Rathaus. Hierbei kannst du zwischen einer 5-, 10- und 15-Kisten-Lizenz wählen, die du später auch kombinieren kannst. Sobald du eine Lizenz besitzt, brauchst du nur noch ein Grundstück. Du kannst auf jedem beliebigen gekauften Grundstück oder auf einem gemieteten Shop in der Mall einen Shop eröffnen. Du erstellst einen Shop, in dem du eine Kiste aufstellst und daran ein Schild anbringst, das wie folgt aussieht. In die erste Zeile schreibst du deinen Namen. In die zweite Zeile schreibst du eine Zahl, wie viele Items auf einmal gekauft oder verkauft werden sollen. In die dritte Zeile schreibst du den Kauf- oder Ankaufpreis. Bei einem Kaufpreis schreibst du B und direkt dahinter eine Geldsumme. Bei einem Ankauf wechselst du das B durch ein S aus. In die vierte Zeile schreibst du den exakten Namen des Items, das du verkaufen willst, oder du legst das Item in die Kiste und schreibst in die letzte Zeile einfach ein Fragezeichen. Damit wird der Item-Name automatisch eingefügt. Du musst jedoch dabei beachten, dass du niemals mehr Chest-Jobs aufstellen darfst, wie es hier von deiner Lizenz vorgeschrieben wird. Andernfalls könnte dir das Ordnungsamt eine Strafe wegen nicht ausreichender Lizenz erteilen. Zehnte Frage. Wie funktionieren Lizenzen? Du findest die Lizenzhändler im Rathaus. Beim linken Händler kannst du Shop-Lizenzen kaufen, beim rechten Händler Gewerbelizenzen. Lizenzen sind dazu da, um Dienstleistungen anbieten zu können. Mit einer Architekten-Lizenz hast du zum Beispiel die Erlaubnis, ein Unternehmen zu führen, das für andere Spieler Gebäude baut und dadurch Geld einnimmt. Mit einer Hotellizenz darfst du entsprechend viele Hotelzimmer vermieten, wie es nach der Lizenz erlaubt ist. Hotel-Lizenzen und Shop-Lizenzen sind unter sich kombinierbar, das heißt, du kannst zum Beispiel eine 5er und eine 10er Shop-Lizenz kaufen und darfst dann insgesamt 15 Kisten aufstellen. Wenn du zusätzlich noch die 15er Lizenz kaufst, so darfst du dann insgesamt 30 Kisten aufstellen. Elfte Frage. Wie kann ich voten? Du kannst für Dinecraft voten, indem du im Internet auf die offizielle Dinecraft-Seite gehst, oben den Reiter Vote anklickst und die entsprechenden Links anklickst. Danach wirst du auf Seiten weitergeleitet, auf denen du deinen Minecraft-Namen eingeben und dann abstimmen kannst. Pro täglichen Vote bekommst du 5 Coins, mit Glück erhältst du auch mal Bonus-Coins. Diese Coins kannst du in der Lobby, zum Beispiel in Geld, einen Teamspeak-Channel, Cases oder eine Lytra eintauschen. Ich hoffe, dass dir dieses FAQ-Video gefallen hat und würde mich über eine Bewertung freuen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.